Wenn Sie in den Pool gehen, lassen Sie niemals Ihre Kinder aus den Augen. Respektieren Sie immer die Regeln und befolgen Sie die Anweisungen in jeder Situation. Laufen Sie nicht am Poolrand, Sie könnten ausrutschen. Beachten Sie die Regeln beim Schwimmbecken. Passen Sie immer auf Kinder und ältere Menschen auf. Dies ist eine Empfehlung der Kanarischen Regierung, des Kapillos und des Stadtrats der Ciudad de Mar, der Gemeinde von Las Palmas. Die Gewässer der Kanaren. Sicherheit um jeden Preis. 1, 1, 2, Emergencias, dígame. 1, 1, 2, Emergencias, dígame. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1